Willkommen zurück in Shambhala. Momentan in der... Ja, na gut, von jetzt aus gesehen ist das auch die Vergangenheit, aber... Ich sag mal, in der Spielgegenwart. Hier ist eine leichte Erhebung im Boden. Die Erde ist leider zu hart, um hier zu graben. Okay, auch wieder... Oh, Kiesesteine. Ich dachte, dass es drin sei. In dieser Senke liegen unzählige faustgroße Kiesel. Alle sind vom Wasser rund und glatt geschliffen wie Steinkugeln. Ein paar kann ich mitnehmen. Okay, sonst... Ah, die Feldzäule ist da. Hier sind ein Stalaktit und ein Stalagmit über einen Zeitraum von vielen tausend Jahren zusammengewachsen. So beeindruckend der Stalagnat auch sein mag. Im Moment möchte ich dieses Wunder der Natur am liebsten sprengen. Damit ich in die Höhle dahinter komme. Ah, okay, wir kommen also nicht durch. Keine Chance. Der Stalagnat konnte sich tausende Jahre darauf vorbereiten, meinen Versuchen, ihn umzustoßen, zu trotzen. Ein mächtiger Stalagnat blockiert den Weg zu diesem Durchgang. Keine Ahnung, wie ich daran vorbeikommen soll, ohne von dem glitschigen Felsen abzurutschen. Den nicht. Laut Richard existieren neben dem Tempel hier im Norden noch zwei weitere Tempel der Priesterkasten, in denen Teile des Drachenamulets versteckt sein sollen. Sie befinden sich im südwestlichen und südöstlichen Teil dieses Höhlenlabyrinths. Na dann. Brrrr, hier drin friert man sicher den Allerwertesten ab. Zum Glück hatte ich in letzter Zeit genug Gelegenheit, mich an Eis und Schnee zu gewöhnen. Daher sollten mich die äußeren Bedingungen nicht daran hindern, das hier versteckte Teil des Drachenamulets zu finden. Hier befindet sich eine Halterung mit einer sechseckigen Vertiefung an der Wand. Ein heller Lichtstrahl fällt durch die Decke und erhält den Bereich um die Vertiefung. In der Vertiefung befindet sich nichts. Wer hätte das gedacht? Steinkugeln? Nö. Steinbecher? Nö. Ein Bottich aus Stein. In dem Bottich ist nichts, was ich herausnehmen könnte, 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 könnte. Könnte, 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 könnte. Okay. Ähm. Ich nehme mal an, da müssen vielleicht Spiegel rein. In diesem Eisblock ist irgendwas eingefroren. Ich kann durch die dicke Eisschicht hindurch einen goldenen Schimmer sehen. Hm, wahrscheinlich das Amulett. Das Licht strahlt hier hin, dann kommt da vielleicht ein Spiegel rein, der strahlt hier hin, der strahlt hier hin und genau auf den Eisblock. Na, dann kannst du den durchhauen irgendwie. Um diesen Eisblock zu zerstören, bräuchte ich zumindest eine Spitzhacke. Noch besser wären allerdings 5 Kilo Trinitrotoluol. Was ich damit sagen will, mit bloßen Händen kann ich dem Eisblock kaum einen Kratzer zufügen. Ach, Mann. Puh, und ich dachte, in der marokkanischen Wüste war es heiß. Aber zur Sache. Das hier ist einer der drei Tempel, in denen die Teile des Drachenamuletts sein sollen. Allzu viele Versteckmöglichkeiten scheint es ja nicht zu geben. Andererseits bin ich bekanntermaßen ein Meister im Unterschätzen von Aufgaben. Tja, wenn ich Wangs Aufzeichnungen hätte. Aber die habe ich nicht. Und so bleibe ich weiterhin ratlos, was die Bedeutung dieses Zeichens betrifft. Ich lasse mich jedoch zu der Mutmaßung hinreißen, dass dieses Zeichen genau das Gegenteil von dem unterm linken Arm der Statue bedeutet. Das erkenne ich an der Positionierung. Gut, wir müssen also da was reintun. Was dann hier in der Gegenwart, also wir in der Vergangenheit müssen noch was reintun, damit das hier in der Gegenwart irgendwie aktiviert wird. Hier ist eine quaderförmige Öffnung. Leer. Diese merkwürdige Statue bildet das Zentrum dieses Tempels. Richard sagte, dass hier eins der drei Teile des Drachenamuletts versteckt ist. Auch keine Nuss drin, okay. Kann ich die Steinkugeln hier drin tun? Ja, das geht. Es tut sich nichts. Aber die Steine sind wir los. Nö. Die Statue hält Schalen in den Händen. Diese ist leer. Äh, ich habe noch eine Idee. Wie sind die jetzt hier? Kann ich die Nuss eigentlich wieder wegnehmen? Das wäre mal interessant zu wissen. Nö. Ich bin sicher, das sind Opferschalen, in die man etwas hineinlegen sollte. Ich habe eine Nuss in die Opferschale gelegt. Vielleicht hilft das Fenton ja bei der Suche nach den Teilen des Drachenamuletts. Allerdings befindet sich direkt unter der Schale ein Symbol für Leben. Jo, äh, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt so wirklich hier machen soll. Ich muss irgendwo das Zahnrad hinlegen, damit das Fenton in der Zukunft dann hat. Aber wo kann ich es reinlegen? Ich müsste es in der Erde vergraben, eigentlich. Hier ist nix weiter, okay. Die beiden Metallpfosten machen. Was habe ich von einer Focke an einer Kette? Von dort oben tropft Wasser durch die Felsendecke. Und aufgrund mineralischer Ablagerungen bildet sich über einen sehr langen Zeitraum ein nach unten wachsender Stalaktit. Der kleine, oder sagen wir besser junge Stalaktit befindet sich noch zu weit oben an der Felsendecke. Ich kann ihn nicht erreichen. Verdammt. Momentan kann ich hier nichts machen. Ich hätte auch gar keine Idee, was ich hier noch doll machen könnte momentan. Oder ich muss einen Zahnrad aus Stein bauen, dass ich das gar nicht das Holz hat, äh, irgendwie gut ablegen muss, sondern das war eins aus Steinbasteln. Ach, Richard, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Gib mir einen Tipp irgendwie. Okay, den Eiszapfen am Motorrad. Den Eiszapfen lege ich gerne wieder ab, denn es ist verdammt kalt. Die Frage ist, was damit passiert. Der Eiszapfen war mir zu kalt, darum habe ich ihn in den Bottich gelegt. Der wird ja da komisch schmelzen, nehme ich mal an. Hier ist der Mund zu. Wechseln wir mal wieder und gucken, ob da jetzt was passiert ist. Im Bottich liegen unzählige kleine Eisbrocken. Vielleicht ist ein Eiszapfen von der Decke abgebrochen und darin zersplittert. Nein, danke. Ich brauche keine Eissplitter. Mir ist schon kalt genug. Wozu habe ich das jetzt gemacht? Ich dachte, das wäre jetzt so eine Art lichtweiter Leitungsersatz. Keine Ahnung. Ich habe es gehofft. Das könnte schon wieder so eine Situation sein, wo ich leider, leider in die Lösung gucken muss. Was ist denn, wenn ich jetzt den Steinwürfel wegnehme eigentlich? Mein Gefühl sagt mir, dass ich den Steinquader lieber stehen lassen sollte. Und auf mein Gefühl kann ich mich meistens verlassen. Na toll, okay. Soviel zum Thema. Hier können wir momentan nix machen. Dann bleibt jetzt nur noch der Feuertempel. Glühende, heiße Lava. Mr. Lava, Lava. Also näher möchte ich nun wirklich nicht an die Lava. Schon hier oben ist es unerträglich heiß. Okay, hier kann ich... Oh, da kann ich sie entzünden. Interessant. Das klappt. Die Kette ist lang genug und die Fackel wird sich da unten über der Lava sicher entzünden. Sieht nicht so aus, oder? Oh, doch. Jetzt macht die Fackel das, was sie im besten Fall machen soll. Sie brennt und spendet Licht. Eine lange, rostige Kette. Okay, damit kann ich jetzt aber hier nichts anfangen. Ich nehme mal an, ich kann damit den Eissapfen schmelzen. Mit der Fackel könnte ich den Eissapfen schmelzen. Dadurch füllt sich der Bottich mit Wasser, was vielleicht keine schlechte Sache ist. Ich habe den Eissapfen geschmolzen und nun befindet sich Wasser in dem Bottich. Wollen Sie ihn? Und das Zahnrad da rein, okay. Es ist zwar nur ein hölzernes Zahnrad, aber ein erfrischendes Bad hat bekanntlich noch nie geschadet. Das hölzene Zahnrad schwimmt in dem Schmelzwasser des Eissapfens. Es wird nicht lange dauern, bis es eingefroren ist. Na dann. Im Bottich liegt ein Zahnrad, das in einem Eisblock eingefroren ist. Wie ich es auch anstelle, ich bekomme den Eisblock mit dem eingefrorenen Holzrad nicht aus dem Steinbottich. Ich kann den Eisblock nirgendwo richtig greifen, da er so glatt ist. Steinbecher? Auch nicht. Wir brauchen selber irgendwie eine Fackel. Kann ich die irgendwo wieder reinstecken, damit der sich die krallen kann? Ich muss die Kette ja theoretisch auch irgendwo ablegen können. Momentan ist wieder ein wenig Ratlosigkeit an den Tag gelegt. Wie erschließt sich auch nicht, wozu ich die Kette jetzt gebrochen könnte? Die Kette in Zahnrad? Der Bottich wird... Ach, damit man es rausziehen kann. Warum mache ich das eigentlich? Entsorgung, unnützenbar Last? Ein besserer Grund fällt mir gerade nicht ein. Aber ich bin jetzt einfach mal spontan und hänge auch noch die Kette zu dem Holzrad in den Bottich. Mag sein, dass sich die Auswirkungen meines Handelns erst in der Zukunft zeigen. Im Bottich befindet sich mittlerweile ein Großteil meines Gepäcks. Das hölzerne Zahnrad schwimmt im Schmelzwasser des Eiszapfens. Und die lange Kette habe ich auch noch dazu gelegt. Bei den Temperaturen hier dürfte bald alles gefroren sein. Hoffentlich klappt's. Bottich, Kette? Wo ist die Kette? Im Bottich liegt ein Eisblock, in dem ein hölzernes Zahnrad eingefroren ist. Aus dem Eisblock ragt eine Eisenkette heraus. Und da staunst du nicht, dass plötzlich eine Eisenkette drin ist? Wenn ich das Ende der Kette packe und kräftig ziehe, müsste ich den Eisblock mit dem Zahnrad aus dem Steinbottich bekommen. Ich hab's. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann. Bis dann.